Fußball-Rebelle, das sind wir! Und wir haben hier wieder nach wenigen Minuten, nach wenigen Sekunden hier die ganz, ganz kalte Dusche durch das 0 zu 1. Es war die 37, Waldrin Mustafa mit seinem 10. Saisontreffer. Und da gibt es natürlich überhaupt keine Abwehrchance, das wegzuverteidigen. Direktes Spiel, wenn wir da... Achtung! Das war eine gute Aktion. Und dann war es eben dieser angesprochene Käpt'n Quentin Foley, der da direkt den Abschluss sucht und Schragl bekommt. Das ist jetzt mal die Schusschance da gewesen für Caratas, war da aber schon zu dicht am Gegenspieler. Und jetzt die Chance für Jülich. Und da gab es dann einen Zusammenprall. Da kriegt Marvin Kuhn hier aber sowas von wie Fäuste von Babouka Gallier im Tor der Kopenza mit. Gucken wir nochmal drauf, Szene kommt. Eingabe von Gerecki hier und er ist erst am Ball korrekt entschieden und dann Jülich, das ganze Tor ist offen. Aber mir fehlt der Glaube dran, dass hier noch was geht und jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt ist der Deckel drauf und der Drops gelutscht. 2 zu 0 für Koblenz. Moritz Göttl macht hier alles klar für die Backhauself. Und auch Babouka Gallier ist da aus dem Tor geeilt, um vorne mit seinen Teamkameraden zu jubeln. Puh, also es hat es sich abgezeichnet. Es war nicht der Treffer unbedingt für die Koblenzer. Und da wird auch in der Bizarber Arena nichts zu ernten sein aus Asbacher Sicht. Und das kommt dann noch mit dazu. Gelb-rote Karte gegen Marvin Kuni, der dann auch noch fehlen wird am Wochenende. In Balingen. Also das tut natürlich richtig weh jetzt.